Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mori kocht. Es ist unübersehbar, die Temperaturen fallen, die Blätter werden goldend, es ist Herbst und damit auch Kürbissaison und wieder Zeit für ein leckeres Kürbisgericht. Und zwar machen wir heute selbstgemachte Kürbis-Ravioli, gefüllt mit Kürbis, mit einer Kürbissauce, also wirklich Kürbis-Overload. Dazu Salbei, Amaretto, Amarettini. Es wird super lecker und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden oder in dem Fall um den heißen Kürbis, denn ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Rezept. An Zutaten benötigen wir selbstverständlich Kürbis, vorzugsweise Hokkaido, Ricotta, Kokosmilch, Olivenöl, Muskatnuss, Parmesan, Knoblauch, Salbei, Zwiebel, Weizenmehl, Amaretto, etwas Gemüsebrühe sowie Amarettini für den kleinen Extra-Crunch. Wir starten mit dem Kürbis. Dieser wird zunächst halbiert und anschließend das Kerngehäuse entfernt. Danach geht es für den Kürbis in den Ofen bei ca. 180 bis 200 Grad für 20 bis 25 Minuten. Hauptsache der Kürbis ist gar und schön weich und das ist auch das Besondere am Hokkaido-Kürbis. Die Schale wird so weich, die braucht ihr gar nicht entfernen, sondern die können wir direkt mitessen. Weiter geht es mit, ihr habt es erraten, Zwiebeln und Knoblauch erst schälen und anschließend in kleine Würfel schneiden. Und wenn wir schon dabei sind, schnappen wir uns auch den Salbei und hacken diesen grob klein. Selbiges gilt für die Amarettini, die ebenfalls grob klein hacken, entweder mit dem Messer oder in einem Beutel einfach draufklopfen. Auch hier grob, nicht zu fein, weil wir wollen ja kein Amarettini-Pulver haben. Sobald der Kürbis gar und weich ist, schnappen wir uns diesen und pürieren ihn, denn wir brauchen das Kürbispüree natürlich für unsere Ravioli. Dazu schnappen wir uns eine Schüssel mit dem Weizenmehl und packen einen Teil des Kürbispürees hinzu. Außerdem einen Schuss Olivenöl und eine Prise Salz. Alles zusammen verkneten wir nun sorgfältig zu einem einheitlichen Teig. Sobald das passiert ist, wickeln wir diesen Teig in Klarsichtfolie und packen ihn erstmal an die Seite. Weiter geht es nun mit der Füllung. Erneut schnappen wir uns einen Teil des Kürbispürees und packen den Ricotta dazu. Außerdem einen Teil des Salbeis und einen Teil der zerbröselten Amarettini. Gewürzt wird das Ganze nun mit Salz und etwas Muskatnuss. Und wer mag, auch ein wenig Pfeffer. Wie immer gilt, ordentlich durchmixen und anschließend abschmecken nach eurem Geschmack. Zu guter Letzt bereiten wir auch noch die Soße vor. Das heißt, wir schnappen uns eine Pfanne mit etwas Olivenöl und packen Zwiebeln und Knoblauch dazu. Diese schwitzen wir an und packen anschließend den letzten Rest des Kürbispürees und Salbei hinzu und rösten das Ganze an. Abgelöscht wird anschließend mit Amaretto und Kokosmilch. Außerdem etwas Brühe, je nach Konsistenz, damit das Ganze auch nicht zu dickflüssig wird. Abgeschmeckt wird auch hier mit Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss. Jetzt schnappen wir uns unseren Nudelteig und packen ihn auf eine ordentlich millierte Arbeitsfläche und rollen ihn darauf aus. Wichtig ist, der Nudelteig darf jetzt nicht mehr großartig kleben. Sollte das der Fall sein, einfach mit Mehl bestäuben und nochmal neu ausrollen. Aus dem Teig schneiden wir uns Streifen für unsere Ravioli. Dafür könnt ihr entweder einen Teigroller nehmen oder natürlich auch ein Messer. Alternativ könnt ihr auch einen Ausstecher oder ein Glas nehmen, dann gibt es eben runde Ravioli. Wichtig ist nur, dass wir unsere Füllung in die Mitte packen und anschließend das Ganze zuklappen, sodass wir anschließend wunderschöne Ravioli erhalten. Diesen Vorgang wiederholen wir so oft, bis Teig und Füllung alle sind. So vorbereitet geht es dann ans Ravioli kochen. Dafür brauchen wir einen großen Topf mit kochendem Salzwasser, in den wir unsere Ravioli reinpacken. Lange brauchen unsere Ravioli nicht, da sie ja ganz frisch sind. Das heißt nur wenige Minuten, dann dürften sie oben schwimmen und sind auch schon gar. Das Nudelwasser wird abgegossen und für die extra Rösterum schnappen wir uns noch eine Pfanne mit Olivenöl und schwenken darin die Ravioli zusammen mit dem restlichen Salbei an. In der Zwischenzeit erwärmen wir auch die Soße, sollte diese abgekühlt sein. Jetzt wird angerichtet. Wir packen etwas Soße auf den Teller und anschließend die Ravioli drauf. Darüber nochmal etwas Soße und für die Textur bröseln wir noch ein paar Amarettinis drüber. Optional, wer mag, reibt auch etwas Parmesan drüber. Wichtig, Parmesan ist nicht vegetarisch. Wer es also vegetarisch mag, braucht einen vegetarischen italienischen Hartkäse. Fertig sind unsere selbstgemachten Kürbis-Ravioli mit Salbei und Amaretto bzw. Amarettini. Wem das Ganze zu kürbislastig ist, der kann natürlich gerne noch eine leichtere Soße dazu machen. Ich finde es aber so ziemlich lecker, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann das Ganze nur empfehlen. Mir und meiner Freundin hat es auf jeden Fall geschmeckt. Und damit war es das auch schon wieder. Falls es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Falls ihr Feedback oder auch Wünsche habt, was ich das nächste Mal kochen sollte, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Mori kocht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe.